Rote Rosen, Gunther kann Merle nicht erreichen und erfährt die Wahrheit. Lüneburg, er zeigt kein Verständnis. In der ARD-Telenovela Rote Rosen geht Tina, gespielt von Katja Frenzel. 49, mit einer großen Bitte auf Gunther, Hermann Töcke, 70, zu. Wie in der Vorschau zu sehen ist, will Tina aus dem Pachtvertrag für die Gärtnerei entlassen werden. Da Gunther als Bevollmächtigter von Merle, Anja Franke, 59. Agiert, muss er eine Entscheidung treffen, und die fällt nichts zu Tinas Gunsten aus. Es kommt zum Streit. Gunther weigert sich strikt. Auch Gunther versucht verzweifelt, näher an Merle heranzukommen, doch es gelingt ihm nicht. Traurig fragt er sich, was er falsch gemacht hat. Carla, Maria Fox, 48, sieht ihn so und hat großes Mitleid mit ihm. Emotional enthüllt sie Geheimnisse. Merle distanziert sich nur von Gunther, weil sie ihn immer noch liebt. Hanni, Giona Wiedner, 6 Jahre, versteckt sich im Hotel Drei Könige. Herr Dele, Ideal-Kunnel, 26, wird ebenfalls bei der gemeinsamen Suche mitarbeiten. Es war klar, dass sie ein Kind wollte, und zwar jetzt Simon, Tore Lütje, 30, war davon etwas überrascht. Cara steht vor einem großen Problem. Ein schrecklicher Sturm, verursacht durch Marte, Markus Blum, 57, hindert Besucher daran, sich Caras zu nähern. Sie beschloss, zunächst den Laden zu schließen. Als Britta, Jelena Mitschke, 45, ihr in einem Gespräch aber die Augen öffnet und erklärt, dass ihre Freunde immer für sie da sind, geht Carla in die Offensive. Rote Rosen, Malte nutzt Johanna gnadenlos für seine Machenschaften aus Malte geht seinen kriminellen Machenschaften nach und plant einen Diamantenschmuggel. Dafür muss er allerdings eine Flugschule in Marseille verkaufen. Wie der Zufall so will, kennt Johanna, Brigitte Antonius, 90, den Betreiber der Flugschule. Sie will ihre Beziehungen aber nur spielen lassen, wenn Maltes Lektorenfront zusagt. Marte gibt nicht auf und ruft sofort seinen Redakteur an, ihren Erotik-Roman zu veröffentlichen. Die Folge Die Rote Rose Hidden Emotions, 3864, wird am Dienstag, 7. November 2023 um 14.10 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Sie können es vorab in der ARD-Mediathek ansehen.